Herzlich Willkommen zum STK-Format Finanzfrauen, Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, Isabel Rösler. Sie ist Mitglied im Vorstand bei Krenke. Hallo Carola. Ja, ich möchte dich zu Beginn kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen. Du bist seit Anfang letzten Jahres Mitglied im Vorstand, zuständig für unter anderem den Bereich des Risikocontrollings. Du hast deine Karriere gestartet an der dualen Hochschule, damals noch Berufsakademie in Moosbach mit dem BWL-Studium. Hattest Zwischenstation bei PwC, verschiedene Positionen bei den Landesbank-Baden-Württemberg-Konzernen. Du hast neben deinem BWL-Studium noch die Examiner als Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin abgelegt und bringst für Krenke auch schon Erfahrungen im Bereich Leasinggesellschaften und Banken mit. Das heißt also, wunderbar. Du bist also super damals für die Aufgabe gerüstet gewesen. Und die erste Frage an dich, was hat dich damals an der Aufgabe gereizt? Wenn wir uns nochmal zurück sind, im Herbst 2020 gab es ja einige Turbulenzen bei Krenke durch die Short-Seller-Attacke und durch die Maßnahmen, die ergriffen wurden, war einer der ersten, dass du in den Vorstand gekommen bist. Was hat dich damals gereizt? Genau, also wie du schon gesagt hast, aus gegebenem Anlass wurde das Ressort neu geschaffen und in ein börsennotiertes Unternehmen in einer so heißen Phase einzusteigen und auch so einen relevanten Bereich auszubauen und zu verantworten, das war schon eine spannende Herausforderung, der ich mich gerne gestellt habe. Wenn du auf die Zeit zurückblickst, dann war das wahrscheinlich, du hast es schon gesagt, eine sehr turbulente Zeit. Was sind denn genau deine Aufgaben, die du bei Krenke hast? Also ich habe ja schon gesagt Risikocontrolling, aber was machst du da genau? Genau, also ich verantworte neben dem Risikocontrolling noch andere sogenannte interne Kontrollfunktionen, wie das Compliance im engeren Sinne, aber auch die Datenschutz- und die Geldwäscheprävention. Aktuell übernehme ich interimistisch auch die Leitung der internen Revision oder bin verantwortlich für die interne Revision. Ja, und was man da so macht, also in der, in dieser, ja, wir folgen dem sogenannten Freelance-of-Defense-Modell und diese Bereiche Risikocontrolling und Compliance im weiteren Sinne sind die sogenannte zweite Verteidigungslinie, die Second Line of Control. Und was wir machen, ist uns die Risiken, die wir aus dem Geschäftsmodell haben, anzuschauen und zu gucken, wo wir die Geschäftseinheiten, die die Risiken eingehen und verantworten und auch kontrollieren, unterstützen können und sie beraten können. Und natürlich überwachen wir sie auch ein Stück weit. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich momentan sehr viel zu tun, nehme ich an, weil die Risiken sind ja eher zu als abnehmen, so ist mein Eindruck. Das hängt nicht aus den Risiken, sondern unser Geschäftsmodell ist ja relativ konstant und die Risikoarten, wie das heißt, sind auch konstant, nur die Ausprägung oder der Fokus, den man auf dem Risiko hat. Aber ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ja sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die unterstütze ich natürlich auch. Und diese Organisation zu melden, das ist natürlich auch ein Teil meiner Aufgabe und wir gehen diese Dinge gemeinsam an. Und was wir natürlich noch haben als Krenke AG, dass ich natürlich auch viele Gespräche mit der Aufsicht habe, die hat natürlich auch in diesen besonderen Zeiten auch nochmal Rückfragen zu bestimmten Themen und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die stehen ja nicht still, sondern entwickeln sich auch weiter. und neben den genannten Kontrollfunktionen, die ich verantworte, bin ich auch bei uns verantwortlich für das sogenannte Credit Center, wo wir größere Entscheidungen über Leasing-Engagements trägen und auch die ganze Administration, sprich die Abwicklung unserer Verträge. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Karriere zurückblicken, hattest du damals als Studentin oder vielleicht junge Absolventin einmal das Ziel, irgendwann mal in den Vorstand eines börsennotierten in das Unternehmen berufen zu werden? Nein, kann ich so nicht sagen. Ich wäre ein bisschen vermessen, das so durchzuplanen und zu sagen, ja, das ist mein Ziel und dann bin ich dort. Also ich wollte schon immer den Dingen auf den Grund gehen und Dinge gut verstehen, also gründlich sein. Und das hat halt schon was mit Zielstrebigkeit zu tun und dann ergibt sich so das eine zum anderen und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Und deswegen, nein, das war nicht mein beabsichtigtes Ziel. Okay, dann habe ich noch eine abschließende Frage zum Schluss, so meine Standardabschlussfrage. Wenn du momentan Geld für das Alter zurücklegen wolltest, was würdest du tun? Also gerade im Hinblick auf die, wir haben jetzt die Zinswende, steigende Inflationsrate, dann Rezessionssorgen. Also jetzt bin ich ja auch für Compliance hier verantwortlich und weiß, wo meine Kompetenzen anfangen und aufhören. Also das ist, Investmentempfehlung ist jetzt nicht mein Ressort. Und da möchte ich mich auch ungern öffentlich dazu äußern. Aber jetzt mit so einem lachenden Auge, das Invest in die Krenke AG, sagen ja zumindest einige Experten, ist ein gutes Investment. Hast du da vielleicht noch ein Argument, warum aus deiner Sicht der Kauf von Krenke-Aktien sich lohnen könnte? Also ich kann ja hier keine Kaufempfehlung oder Ähnliches abgeben. Damit begebe ich mich außerhalb meiner Kompetenz und dafür haben wir auch keine Lizenz. Aber was die Krenke auszeichnet, ist ein sehr robustes Geschäftsmodell. Das haben wir in den letzten Jahren ja gesehen, dass wir trotz der Krise und der Situation gutes Geschäft gemacht haben, dass wir Gewinne erwirtschaftet haben und trotz der unsere Schadenquote relativ konstant war, also dass wir trotz der Krise gut durchgekommen sind. Ja, wunderbar. Ich danke dir herzlich für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast, trotz deines vollen Terminkalenders. Dankeschön, Karola. Hat mir auch Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like, über einen Kommentar, auch über Vorschläge für Frauen, mit denen wir unbedingt mal ins Gespräch kommen sollten. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, lohnt es sich bestimmt auch, den Kanal zu abonnieren.